Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Folge reden wir über 5 Geldbringer für Schalke 04 und am Ende gucken wir uns dann auch noch die Finanzen an, wie sie dann grob sein könnten nach diesen Abgängen. Armin Harid, sein Markwert 10 Millionen, über 5 Vereine wohl mit Interesse am 25-Jährigen, der noch 2 Jahre Vertrag hat, aber definitiv mit ca. 5 Millionen zu viel verdient im Jahr und von daher noch zu 100% wechseln wird. Seine Bilanz bei Olympique Massiel war auch nicht allzu schlecht. 33 Spiele, 5 Tore, 4 Vorlagen. Ich denke er wechselt nach Villarreal oder Massiel für 8-15 Millionen Euro. Liverpool-Leihe, Norwich-Leihe, keiner kauft ihn. Ozan Kabak, sein Markwert auch bei 10 Millionen Euro. Auch noch ein 2-Jahres-Vertrag. Er ist 22 und verdient ca. 4 Millionen im Jahr, was auch viel zu viel ist für den türkischen Nationalspieler. Aktuell gibt es 3 Gerüchte, keins aus der Premier League. Ich denke er wechselt in die Super League und in meinen Augen kommt da nur sein Jugendklub Galatasaray in Frage, wo er 7 Jahre war, bis er für 11 Millionen Euro nach Stuttgart wechselte. Ich denke ca. so viel wird Galatasaray für ihn jetzt auch an Schalke 04 bezahlen. Can Bostogan war im Bischik das Istanbul ausgeliehen. Ich würde ihn verkaufen, da ich denke, dass der 21-Jährige wieder in der Super League spielen will. Hat auch nur noch einen 2-Jahres-Vertrag. Sein Markwert ist bei 4,3 Millionen. In der letzten Saison machte er 23 Einsätze für den Istanbul-Klub. Ich denke, da wird er auch wieder hinwechseln für eine Ablösesumme von ca. 5-7 Millionen Euro. Dann würde ich noch 2 Spieler verkaufen, die dieses Jahr wohl nur auf der Bank sein werden. Viktor Palzon 31 und Marius Lothen 29. Beide Nationalspieler zusammen 1,5 Millionen wert. Palzon hat noch einen 1-Jahres-Vertrag und könnte in die MLS wechseln. Lothen hat noch einen 2-Jahres-Vertrag. Da könnte ich mir einen Wechsel zurück nach Norwegen vorstellen. Wenn man für beide 1 Million bekommen kann, wäre das sehr gut. Auch um das Gehalt zu sparen. Ich sage jetzt einfach eine Summe, was man für die Spieler bekommen könnte und was man ca. an Gehalt spart. Harit 10 Millionen plus 5 Millionen Gehalt. Kabak 11 Millionen plus 4 Millionen Gehalt. Bostogan 6 Millionen plus 700.000 Gehalt. Lothen und Palzon 1 Million und das Gehalt ist nicht bekannt. Jetzt rechnen wir nochmal die Finanzen durch von Schalke 04. Aktuelle Schulden ca. 140 bis 150 Millionen. Aktuelle Ausgaben minus 5 Millionen. Plus meine 5 Abgänge ca. 38 Millionen plus. Mach deinen Restschuldenbetrag von ca. 110 Millionen. Was schon mal ein gutes Stück besser wäre. Natürlich kann man nie 100% in die Finanzen eines Clubs gucken. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Ihr könnt sehr gerne jetzt noch ein Like da lassen oder einen Kommentar schreiben. Zum Beispiel, was ihr denkt, wo die Spieler hinwechseln werden und für wie viel Geld zum Beispiel. Oder ob ihr noch andere Spieler an Schalke Stelle verkaufen würdet. Was jetzt noch zu sagen gibt, damit ihr nicht irgendwer das überflüssig in die Kommentare schreibt, ist, dass ich mir immer einen kleinen Text schreibe vor den Videos und das habe ich gestern geschrieben und heute habe ich das Video aufgenommen. An dem Tag, wo es rauskommt auch. Und da dachte ich noch, dass Kabak nach Galatasaray wechseln wird höchstwahrscheinlich. Aber jetzt vor ein paar Stunden kam die Info, dass er höchstwahrscheinlich nach TSG Hoffenheim wechseln wird. Das nur als kleiner Disclaimer hier noch am Rande. Damit ihr da Bescheid wisst und nicht euch denkt, was labert der? Der wechselt auch nach Hoffenheim und lädt das Video ein paar Stunden davor hoch. Das hätte er doch mitbekommen haben müssen. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Und dann wünsche ich euch jetzt noch abschließend einen schönen Tag und sage Tschau und bis zum nächsten Mal.